COD Warzone kriegt eine komplett neue Map im Pazifik, ein Modder kombiniert alle Rainbow-Six-Spiele zu einer Mega-Kampagne und der finale Trailer zum Death Stranding Director's Cut ist da. Heute ist der 8.9.2021, ich kann noch mindestens eine binobische Formel auswendig und hier kommen die News mit Jules. Diese News werden euch präsentiert von NordVPN, eurem Partner für sicheres Internet. Geht auf nordvpn.com slash gamestar oder nutzt den Gutschein Gamestar, um euch riesige Rabatte auf das Zweijahrespaket sowie ein Bonusgeschenk zu sichern. Im gestrigen Livestream hat Activision erste Infos zum Multiplayer-Modus von Call of Duty Vanguard veröffentlicht, die wohl größte Neuerung betrifft aber den Free-to-Play-Battle-Royale Ableger Warzone, der kurz nach der Veröffentlichung von Vanguard nicht nur eine veränderte Map wie zu Black Ops Cold War, sondern eine komplett neue Map spendiert bekommt. Warzone Pacific heißt diese, spielt wie der Name schon sagt im Pazifik und basiert auf der Engine-Technologie von Vanguard, also einer geupgradeten Version der Modern Warfare Engine. Hier erwartet uns laut Creative Director Amos Hodge eine frische Erfahrung mit lebendiger Atmosphäre, während wir durch grüne Wälder streifen und Freund wie Feind bekämpfen. Dank derselben Technologie-Grundlage lassen sich Waffen aus verschiedenen Ähren miteinander kombinieren und balancen. Außerdem könnte uns die neue Zerstörungsmechanik aus dem Vanguard-Multiplayer auch in Warzone erwarten, auch wenn dies nicht explizit bestätigt wurde. Auch der reguläre Multiplayer bekommt einige Neuerungen wie etwa besagte Zerstörung und die Möglichkeit blind aus der Deckung zu feuern. Alle Infos bekommt ihr im GameStar-Artikel, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. COD Vanguard erscheint am 5. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. PlayStation-Vorbesteller können die Beta schon kommendes Wochenende vom 10. bis 13. September ausprobieren, am darauf folgenden Wochenende soll dann eine offene Beta folgen, mit Vorabzugang für Xbox und PC-Vorbesteller. Rainbow Six Black Ops 2.0 ist eine Total-Conversion-Mod für Roguespear Blackthorn, Red Storm Entertainment's Standalone-Add-On für Rainbow Six Roguespear aus dem Jahre 2001 und soll laut Beschreibung des Modders Menrevar die ultimative Rainbow Six-Erfahrung bieten. Sie kombiniert das Original Rainbow Six und die Fortsetzungen Eagle Watch, Rogue Spear, Urban Operations, Covert Ops Essentials, Blackthorn und Takedown Missions in Korea zu einer gigantischen, 52 Missionen langen Kampagne. Der Korea-exklusive Content aus Urban Operations und Takedown wurde auf Englisch übersetzt und die koreanischen Missionen wurden zu einer eigenen Kampagne zusammengefasst, erklärt der Modder. Außerdem soll es Bugfixes und restaurierte Sound-Files geben. Alle Missionen sind direkt im Menü anwendbar. Es handelt sich hierbei um eine Standalone-Mod. Roguespear, Urban Ops und Blackthorn werden nicht benötigt, um zu spielen. Der Modder räumt ein, dass er sich damit in einer rechtlichen Grauzone befinde. Er hätte darüber nachgedacht, einen Check einzuführen, ob der Spieler wenigstens eines der Roguespear-Spiele besitzt, auf der anderen Seite stünden diese aber nicht mehr offiziell zum Verkauf und seien teilweise sogar kostenlos herunterladbar. Würde Roguespear aber jemals auf GOG erscheinen, dann würde er den Installationsprozess entsprechend anpassen. Rainbow Six Black Ops 2.0 ist ab sofort herunterladbar und spielbar. Hideo Kojima hat den finalen Trailer für den Death Stranding Director's Cut veröffentlicht. Und ja, die Entwicklerlegende soll diesen Trailer höchst selbst geschnitten haben. Er zeigt die PS5-Version des Spiels mit dem neuen Wide-Modus. Kojima tweetet den Trailer mit dem Hinweis, ihn doch bitte in einer vernünftigen Umgebung anzuschauen. Der Wide-Mode hatte in der Vergangenheit für Verwirrung gesorgt, denn in einem PlayStation-Blogpost hieß es mal, der Director's Cut biete Ultra-Wide und HDR-Support. Doch kein Konsolenspiel hatte jemals tatsächlich Wide-Screen-Auflösungen wie 2.560x1080 oder 3.440x1440 unterstützt. Auch Death Stranding tut das nicht. Wir spielen weiterhin in 16 zu 9 Auflösungen mit schwarzen Balken oben und unten. Kojima betont aber, dass das Bild dabei nicht oben und unten beschnitten sei, sondern nach links und rechts erweitert. Wir sehen also mehr von der Umgebung und die Perspektive ist dadurch ein wenig herausgesumt. Der Director's Cut von Death Stranding erscheint am 24. September für PS5. Neben grafischen Verbesserungen gibt es auch ein paar neue Mechaniken, die vor allem die Kämpfe ein wenig spaßiger machen sollen. Nahkampf-Attacken wurden verbessert, eine neue Maser-Gun kann gefunden werden und Spieler können feste Maschinengewehre finden und nutzen. Das Original Death Stranding erschien im November 2019 für PS4 und im Juli 2020 für den PC und verkaufte sich etwa 5 Millionen Mal. Erstes Gameplay ist geleakt vom Pro Evolution Soccer Free-to-Play Nachfolger eFootball und die Fans sind nicht begeistert. Im mittlerweile gelöschten elfminütigen Video des YouTube-Kanals Great Game gab es zahlreiche negative Kommentare. In dem Video spielten Manchester United gegen Arsenal in einem Freundschaftsspiel und Fans beschwerten sich über eigenartige Kollisionsanimationen, befremdliche Ballphysik und das neue kreisrunde Spielersymbol. Man muss dazu sagen, dass der gezeigte Bild, der in dem Video von einem Fernseher abgefilmt wurde, sich noch in einem eindeutig unfertigen Stadium befand. Dennoch beschwerte sich ein Nutzer, dass beispielsweise die Zwischensequenzen immer noch die exakt gleichen wie seit PES 2014 seien, obwohl eFootball einen Neuanfang für die Reihe darstellen soll. Auch über die Grafik gibt es einige Beschwerden, wie etwa über das Gras und die Framerate scheint alles andere als flüssig zu sein, wie der PES-Modder Durandil PES auf Twitter analysierte. Nun könnte man ja denken, dass hier vielleicht die PS4-Version des Spiels gezeigt wurde, die nicht vorhandenen Ladezeiten und die übergangslosen Tor-Abstöße, ein beworbenes Next-Gen-Feature, lassen aber auf die PS5-Version schließen. eFootball erscheint am 30. September und wird laut Konami aber mehr oder weniger eine Demo sein zu Release, in der wir mit neuen Mannschaften Online- oder Offline-Freundschaftsspiele spielen können. Neue Features und Gameplay-Mechaniken sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden, manche davon aber als kostenpflichtige DLCs. 4. Alan Wake Remastered ist jetzt offiziell bestätigt Allerdings wird als Release bisher nur dieser Herbst angegeben. Der Titel wird 4K-Auflösung unterstützen und mit neuen optionalen Entwickler-Kommentaren gespickt sein. Außerdem werden damit erstmalig auch PlayStation-Spieler in den Genuss des Horror-Thrillers kommen. Creative Director Sam Lake bedankte sich auf Twitter bei den Fans für den langjährigen Support in den 11 Jahren seit Release des Originalspiels und schrieb einen offenen Brief auf The Sutton Stop, einer der größten Fanseiten des Spiels. Alan Wake Remastered solle die Original-Erfahrung bieten, die wir alle geliebt haben, aber die Grafik, Cinematics und Charaktermodelle seien an die aktuelle Generation angepasst worden. Wir sind gespannt auf erstes Gameplay. Das waren die heutigen News. Ich weise nochmal eindringlich auf einen gewissen Knopf hin, der wahnsinnig gerne von euch gedrückt werden möchte. Und nein, es ist nicht mein Hemdknopf. Aber hier könnt ihr klicken, um noch mehr Videos auf unserem Kanal zu sehen. Bis morgen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.